Hey Leute, was geht ab? Cross the Water, der Toadie hier. Ich bin in der Kluft der Beschwörer mit dem Stan. Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Gut, kein Problem. Wir spielen Jana und Elise, natürlich nicht dieselbe Lane. Ah, der Stan, der carried uns, hat er gesagt. Ähm, den ganz, ja, was kaufe ich? Kaufe ich für Pots live oder mal noch? Hast du wie viel Gold hast du noch? 140. Geht sich eh noch ein Wort und zwei Red Pots aus, äh, zwei Heal Pots. Voll gut. Äh, und ich denke mal, ich skill das Shield, ne? Ja. Du hast nur 18 Rüstung. Hab ich? Ja. Ups, ich hab die falschen Runen. Ich hab meine AP Runen drin. Ich hab gar nicht drauf geguckt. Ich wusste nicht, für welchen Champ ich mich nämlich entscheiden soll als Support. Und dann hab ich ihn auf den letzten vier Sekunden eingeloggt. Und schwupps, hab ich die falschen Runen und die falschen Masteries drin. Egal, wo ich kein Problem kann. WTF? Wie geil ist das denn? Wie ist der Bär? Wie geil ist das? Wie geil ist das? Wie geil ist das? Wie geil ist das? Ja. Das war's für heute. Ups, lol. Hab gott dem den ganzen Lasse geklaut. BOOM! Das Schild, alter. Nix los. Der Pisser, alter. Haben uns wohl ein bisschen schneller geschaltet als die von denen. Oh, du Opferkind, hau doch ab. Alter, der Israel. Der geht aber auch total balls deep rein. Ähm, hier unten ist die Lane, ist geboardet, also die untere, die Double Bushes. Aber oben ist noch, im Flussbett ist noch kein Ort. Aber ich denke mal, dann wird sie gleich stellen gehen. Und tot. Boah, alter, ich hab ihm so den Arsch gerettet. Unfassbar. Schild auf ihn, Exhaust auf die Dingens, die sich nachgeflasht hat. Der wär so unglaublich zart gewesen. Der Israel spielt total offensiv. Und Dingens ist jetzt gleich ge... LOL, wardet die... Ja, Tri is gewardet. Nein, die kommen zu mir jetzt zum Red. Der Tri, ich hab's gesehen, wie sie den Ward aufgestellt hat. Ich hab's gesehen, was der Nocturne jungelt mit 4 Heal und 3 Mana Pots. Warte, ich krieg grad voll von den Creeps auf dem Schnauze. Wie schnell. Ähm... Alles klar Hat die Dingern, dass die Ketarina noch bekommen bevor sie gestorben ist? Ja, Gott sei Dank Bottom lässt sich grad total komisch pushen Passt mir nicht Die wollen gank Die wollen gank Ja, der ist in der Mitte noch Naja, ich seh's Die spielen die ganze Zeit total pushy Aber jetzt grad spielen sie voll defensiv Die wollen hier nen Kill kriegen Weil sie glaub ich sonst wissen was nicht leicht bekommen Alter, hau doch ab, hau doch ab, hau doch ab Ja Spann dich mal Ne, der ist halt da Die wollten uns grad wieder im Fight holen Aber es hat nicht funktioniert, nicht mit Superjan am Start Meinst du? Ja Ja, gar nicht Ja, die Ari gibt der Finde ich auch nice Achso, der ne, sie Loll Ist der Busch geworden? Nur der Try Nur der Try Okay, komm auf die Lane Ja, hab ich zumindest Also ich hab nicht gesehen, dass der außerhalb vom Try noch einen gestellt hat Der auf der Lane ist inzwischen auch ausgelaufen von den Aber sie hat noch einen Um Uaah Es ist laut, es ist laut Es ist exhaust Schönes Komm, haut drauf, hautえー cool, du Israel Achso, der hat nicht genügend Wana Voll gut Du hast gesagt... Wo ist denn hier das Sidestone? Da ist es. Ist natürlich angenehm jetzt mit Janna im Team, weil der Speedboost für das ganze Team Der ist halt schon ziemlich Jellick. Oder meinst du nicht? Ja. Ich persönlich find den halt immer super. Hat ein bisschen lang gedauert. Bin mal gespannt ob der Redbub noch da ist. Israel purchased Sideword? Wtf? Er ist halt mit dem Ward gekauft. Da ist der Nocturne! Äh... Dragon ist mit dem Vision Ward gew- Du Fotzer, Alter. Alter, geh rauf, geh rauf, geh rauf! Oh shit, jetzt haben wir ein Problem. Nocturne ist Level 6, oder? Shit, der ist noch gestorben. Alter... Ja, der Israel hätte nicht sterben müssen jetzt. Ich hab's dir doch gesagt. Ja ne, die Ding hat sich hinterher geflasht, die... Es schweigt der Israel kein Flash. Irgendwie... Der hat sich nämlich nicht weg geflasht. Der hat nur sein E benutzt. Alter, fick dich doch. Achso, was soll ich denn machen? Er ist der, der grad die nicht weg bekommen hat, richtig? Ernsthaft. Alter... Okay, Nocturne Spots. Oh, ich hab noch ein Vision Ward dabei. Das hätte ich jetzt gerne platziert hier. Ja, dann kannst du Ihren Vision Ward kennen. Wer ist der? Ich hab... Der steht genau vor dem Dragon, fast. Also, schon außerhalb vom Dragon Gebiet noch, damit die uns im Ward sehen, aber... Ja, ich darf stellen hin, wo du bist. Hier? Ja. Das ist ja Nocturne, oder? Loll, warum hast du denn jetzt da hingestellt? Damit man die Wards besser sieht. Hier ist das schon okay. Komm doch zurück, Israel! Alter, hier sind zwei Mann, ne? Boah, Alter. Alter, die Ulti, jetzt stirbt. Ja, Viech! Double Kills! Alter! Double Kills, einfach rein mit allem, was geht. Ist so, ähm... Der Israel ist... Der ist nicht gut. Der ist einfach nicht gut. Er hat sich grad... Ich hab den mit der Ulti extra weggekriegt. Der rennt mitten rein, dass er im 1 gegen 2 steht. Ist doch geil. So, Side-Storm, wie funktioniert denn das Teil? Du kriegst Aufladungen, ich glaub beim ersten 4 Stück. Jedes Mal, wenn du Base gehst, ein 2 davon kannst du aufstellen. Der gewinnt auch seine Lade. Was kaufe ich mir denn dann als nächstes? Vermutlich irgendwas aus dem Philosopher, ne? Nee. Nee. Oh lol, Boots. Ages? Oder ich kann auch Ages kaufen. Kein Problem. Warum kaufe ich mir überhaupt nen Ward? Kannst du das mal verraten? Keine Ahnung. Mach ich aber auch mal dazu. Oh, Katharina. Wenn du jetzt hier nach unten kommst. Ade, Israel. Das war ein E benutzt. GG. Den Q-Failer die ganze Zeit. Alter, der ist so scheiße, der Typ. Und Barriere spielt er auch nicht. Oder? Ne, Kotsch. Lern spielt keine Barriere. Die Nami vor. Alter, der Typ kann gar nichts. Ich benutze mein Schild grad die ganze Zeit nur um den Q von Vayne abzufangen. Dass der kein Damage bekommt. Wer ist der Vision Ward? Den Hammer da jetzt. Der Down oder was? Ja. Oh lol, hast du nen Orakel? Naja, ich hab nen Vision Ward drin gestellt. Oh lol, Katharina. Ja. Was ist denn die Ari eigentlich? Der Blucher von denen wäre da. Oh, hier ist Gott Bass. Oh lol. Ich soll ja grad mitte? So. So. Na, Mi geht fliegen. Und kriegt noch nen Q rein. Alter, wieso benutzt der sein Edisch als Ezra? Der ist doch nur mit AP Skalierung. Oh, ich geh nochmal fliegen. Ich kann ihnen den Weg zur Divinity zeigen. Ach, fick dich doch. Aua. Ich weiß nicht, was in den Schatten gelungen ist. Ich weiß, was in den Schatten lurkt. Ich weiß, was in den Schatten lurkt. Ich weiß, was in den Schatten lurkt. Ich weiß nicht, was in den Schatten lurkt. Was sind die Astronauten da unten? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt mal rein. Wir sind nicht mehr hier. Wo ist der Nocturne? Schöner Redbub. Was ist auf jeden hier? Wo ist der Pisser? Oh ne Also, da waren auch die von BOT Ne, Katharina war's, pass auf So schaut's nämlich aus Was? Was? Ach, der Israel hab ich grad schon wieder von Damage bewahrt Ich hab den glaub ich, weiß ich nicht wie oft schon seinen Damage bewahrt indem ich ihm ständig das Schild geb, wenn die Vayne ihren Tumble, wie heißt es? Tumble oder? Ne, Rumble? Keine Ahnung Rumble? In Tumble oder so heißt Ja, kommt auf dasselbe, ne? Passt Ich krieg heute meine neue Festplatte Ähäähähähähähähähähähgi Na, geil Aua Und schon wieder Ne Quatsch, ich glaub ich hab zu spät gesetzt Neun Nein! Rein geht fliegen! Weg da! Ja, tschüss. Der kam out of fucking nowhere. Meinst du ja? Ja. So, was hast du gesagt? Soll ich danach kaufen? Das ist, eh, eh, tschüss, ne? Schon mal auswählen. Alter. Da gibt das... Ah, die machen Dragon. Da kann ich leider gar nix machen. Auf top. Ah, die haben schon. Aua. Das hat weh. Ich eile. Aber jetzt die Arie wird mal runterkommen. Aber die Nami hielt die die ganze Zeit, die die... Nein, das ist das Problem. Ah. Das sind die Bitches. Ähm. Das war halt extra noch das Schild gegeben, dass der einen Kuh hinterher haut, um schön viel Schaden zu machen. Was macht er? Er macht nur einen Kuh. Er macht noch nicht mal E. Oh, das geht noch. Äh. Was? Wo? Das kann ich jetzt bei unten machen. Der Nops gespielt mit Wiggles. Ja. Das war jetzt zu schlimm. Das war jetzt zu schlimm. Ja. 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 Ja. Ich geh mal weg. Ich geh mal weg. Oh. Ich geh mal weg. Ich geh mal weg. Oh. Ich geh mal weg. Egal. Ja. Egal. Dragon ist auf jeden Fall geworden. Und Bottom Tower ist da. Na gut. Können wir irgendwo pushen so als Team? Weil Bottom kann Esra und ich nicht viel machen. Die sind uns überlegen. Die haben uns auf jeden Fall gesehen Ich denke mal der Blue ist geworden Die kommen Mitte Ah die auch erlaubt Außerdem haben die uns gesehen von Dragon Ja puh, weil du so ein Bad gekriegt hast, kriegst du nicht jeden, du Pisser Habe ich A geschrieben? Oh mein Gott Lauf, 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 lauf Oh mein Gott, ob der das überlebt Oh mein Gott Ich habe versucht noch mit der Ult Ja, aber da war alles vergeben Der war einfach zu tot Wie sind die da eigentlich alle fünf? So eine gute Idee ist die jetzt zu invaden Okay, die Veine ist wieder unten Ich weiß nicht, ich konnte immer mal eigentlich ohne Israel gut auf den Sack bekommen Ich war auch nicht da Oh, geil Komm, spring rein Alter 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 Ich muss mich heilen 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 Ja, komm raus Der Dragon ist auf jeden Fall schon wieder weg Oh ja Die Mitte ist und die Bots sind halt so krass am pushen gerade im Moment Ja wir müssten mehr Teamfighten, weil die Lanes von denen, zum Beispiel Bottom, die haben eine stärkere Lane Na kommt die Hydral ult hier LOL LOL WAS 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 ist das Spiel will ich dazu sagen Wie lucky kann man nie sein So Oh das ist ne blöde Idee Darius, das ist ne blöde Idee Was der Darius an Schaden haut und aushält, holy shit Geh weg von mir Geh weg von mir Aber wie ich dem Darius das Leben gerettet habe, zweimal, gar nichts los Na ja, der ist eigentlich schon ein geiler Champ Ja Da sind die jetzt Was ist ne Katerina Was ist ne Katerina Was ist ne Katerina Was ist ne Katerina HALF 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 Ich habe Nocturne gefunden Stark Woops Israel hat mich gefunden Wir sollten back gehen, da ist ein ganzer Haufen Gegner Aber wir sind auch zu viel da Das war doch ein schöner Initiator, sagst du? Oh, leider noch nicht da Oh, was? Jaja, wir haben die gut angehittet und dann ist der Darius da reingemetzelt Oh, der ist ja so... Alter, der jetzt wollte der zu viel wissen Was hätte der D noch bekommen? Geht auf jeden Fall gut ab, der Typ Ja Gott sei Dank, oder? So, Bulwark am Start, gar nichts los Ich bin mit Tiamat in Nocturne Ich bin mit Tiamat in Nocturne Ich bin mit Tiamat in Nocturne Katharina ist immer noch her Oh lol AFK Müsste nicht killen Ah, ok Ok Nö, kein AFK Naja, ich habe ja aufgehört Ich bin das von Arams gewöhnt, dass da keiner Rücksicht genommen wird und davon alles getötet wird, was sich bewegt Ich bin ja von normalen Games gewöhnt Wart, 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 warum bin ich da hinten? Weiß ich nicht Ich habe mich da hinten heruntergelassen, was soll die Scheiße Lauf einfach, glaub einfach Oh lol Oh lol Oh lol Haha Ich habe da hinten hingedrückt, so ne Scheiße Wo ist denn das? Ich wollte das im Ezra geben, aber irgendwie habe ich ihn nicht gesehen War nix los Ich habe da auch mit Oh lol Du musst das? Du musst das Ist doch Du musst das Ist doch wurde die Du machst nicht Schluss, Floskel. Achso, ja, dann bedanken wir uns natürlich wieder einmal herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das genau, bis dann. Warte, laden.